So, ich stehe jetzt an dem Krümmer, den ich mal vor fünf Jahren gesandt strahlt habe und Korrosionsschutz aufgetragen habe. Und leider musste ich feststellen, da wo ich den Korrosionsschutz aufgetragen habe, ist es immer noch nicht am rosten. Geil. Mindestens fünf Jahre ist das her. Und genau das kommt auf euren Unterboden als erstes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017